Guten Tag, ich bin jetzt aber kurz vorbei, denn es ist hier wie vor jetzt? und dann hatte er auch die Proxektur im Kern und dann geht es und dann geht es und dann ist es wieder frei und dann kann es mal mit einem kleinen Kilometer rechts abbiegen. Eben 300 Meter rechts abbiegen, auf der Sitzungsteam. Jetzt rechts abbiegen. Das ist der Beetle. In 200 Metern links abbiegen, auf Elia Suchsen sie weiter folgen, dann rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Achso, da kann ich nicht drüber gehen. Das war nicht drüber. Weil hier irgendwas mit dem Baum aufflüssig ist. Alle an den Schaumstoffen. Jetzt rechts abbiegen. Das ist ein Rundfuss. Das ist ein Rundfuss. Das ist ein Rundfuss. Das ist ein Rundfuss. Das hört man nicht nur richtig ab. Jetzt kommt es rein. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Ja, voll da die Regeln halten. Halt noch. Vorne noch ein paar. Obwohl ich glaube nicht, dass wir das hier nicht. Das ist ein Rundfuss. Das ist ein Rundfuss. Ich mache es trotzdem immer noch. Das ist ein Rundfuss. Das ist Kula Center. 8,6 Kilometer der Straße von Kula Center. Kula Center ist bescheidlich. Die Nürnke Köln, die Keke Baum, die Kante. Das ist ein Rundfuss. Die Kante Platz. Das ist ein Rundfuss. Das ist eine Rundfuss. Das ist ein Rundfuss. Das ist ein Rundfuss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020